In diesem Video möchte ich auf die Top 5 Jobs für Wirtschaftsinformatik-Absolventen eingehen. In dieser Top 5 Liste möchte ich genauer darauf eingehen, was sich hinter diesen Jobbezeichnungen genau verbirgt, was für Einstiegsgelder man circa erwarten kann und was diese Jobs auch für Vorzüge bringen für die zukünftige Karriere in der Tech-Branche. Und damit starten wir auch mit meinem persönlichen fünften Platz und zwar dem Projektmanager, Agile Coach, Scrum Master oder Product Owner. Und auch wenn das jetzt alles verschiedene Begrifflichkeiten sind, verbirgt sich dahinter in etwa das gleiche Aufgabenspektrum. Als eine dieser Rollen geht es darum, in Unternehmen Softwareentwicklungsteams zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Das heißt, man stellt hier quasi die Kommunikation zwischen den Unternehmenszielen und den Entwicklungsteams her, leitet die Projekte, koordiniert die Projekte und so weiter und so fort. Wenn man nach seinem Studium in eine dieser Rollen einsteigen will, kann man mit einem Einstiegsgehalt von circa 40.000 bis 65.000 Euro rechnen, wobei das natürlich stark von vielen Faktoren abhängt. Das Coole an diesen Jobs ist hier wirklich, dass man technisches Wissen mit organisatorischen Fähigkeiten verbinden muss. Man leitet hier in der Regel Projekte von Anfang bis Ende und lernt dabei wirklich sehr, sehr viel, vor allem im Bereich der Führung und des Managements. Wer sich stark für die Softwareentwicklung interessiert, aber auch die Top-Down-Perspektive in diesem Bereich kennenlernen möchte, der ist hier wahrscheinlich ideal aufgehoben. Kommen wir zu Job Nummer 4 und zwar der IT-Controller bzw. IT-Risikomanager. In diesem Job hast du wirklich viel mit Geld zu tun, denn als IT-Controller ist deine Hauptaufgabe, IT-Investitionen zu beurteilen und zu schauen, wie viel kostet das Ganze und wie viel bringt das Ganze auch am Ende und das Ganze natürlich nicht nur theoretisch zu berechnen, sondern wenn solche Investitionen getätigt wurden, auch im Nachhinein zu schauen, ob sich das Ganze auch wirklich lohnt, die Zahlen und Daten dafür zu erheben und so weiter und so fort. Eben was man unter Controlling versteht, hier eben nur spezialisiert auf die IT. Mit einem Einstiegsgehalt von ca. 45.000 bis 60.000 Euro im Jahr kann man sich hier wirklich nicht beschweren. Der Job als IT-Controller bietet dir dabei wirklich tiefe Einblicke in die finanziellen und betriebswirtschaftlichen Strukturen von IT-Projekten. Du lernst hier, wie man Budgets plant, managt und was für Auswirkungen sie am Ende auch aufs Betriebsergebnis haben. Und das sind wirklich alles wichtige Skills. Ich denke, es ist kein Zufall, dass der aktuelle CEO von SAP auch damals als Controller in die Karriere reingestartet ist. Und damit kommen wir auch zum Platz Nummer 3 und zwar dem Business Intelligent Analyst bzw. Data Analyst. Was diese Leute machen, verbirgt sich eigentlich schon im Namen, denn die Business Intelligence bzw. Datenanalysten sorgen dafür, aus allen Geschäftsprozessen die Daten herauszuscrapen und auszuwerten und anhand davon sinnvolle Ableitungen für Geschäftsprozesse und Co. zu entwickeln. Mit einem Einstiegsgeld von ca. 45.000 bis 65.000 Euro wird auch dieser Bereich relativ gut vergütet. Das, was man in diesen Rollen für seine Karriere lernen kann, ist wirklich unschätzbar wertvoll. Denn aus riesigen Datenmengen Geschäftseinblicke entwickeln zu können und davon dann auch noch sinnvolle strategische Entscheidungen abzuleiten, ist nicht nur super wertvoll, sondern wird mit der immer steigenden Datenmenge in unserer Wirtschaft auch in Zukunft vermutlich immer wertvoller werden. Falls du dich jetzt nach den ersten drei Punkten fragst, wo technische Berufe wie der Anwendungsentwickler gelandet sind, dann möchte ich dich entwarnen, es ist kein Zufall, dass ich die nicht mit in diese Liste aufgenommen habe. Denn in dieser Liste wollte ich eben wie beim Studiengang Wirtschaftsinformatik darauf achten, dass ich hier nur Jobs auswähle, die das technische Wissen mit dem betriebswirtschaftlichen Wissen vereinen. Und damit kommen wir auch zu Job Nummer 2, der Digitale Transformationsmanager bzw. der IT-Strategieberater. Gehen wir für diese Jobs zuallererst einmal auf den Digitalen Transformationsmanager ein. Was man hier macht, ist im Grunde genommen relativ einfach. Du arbeitest hier für ein großes Unternehmen und sorgst dafür, dass alte Prozesse durchdigitalisiert werden. Das heißt, du sprichst mit verschiedenen Abteilungen, schaust, welche Prozesse es gibt und wo man eben das technische Wissen, was du hast, etablieren kann, um die Prozesse schlanker und besser zu gestalten. Das heißt, als digitaler Transformationsmanager bist du quasi sowas wie ein IT-Unternehmensberater eben in der Regel nur für ein Unternehmen. Und deswegen habe ich auch den IT-Unternehmensberater oder den IT-Strategieberater mit in diese Jobkategorie reingefasst. Denn im Grunde machst du gar nicht so verschiedene Dinge zum digitalen Transformationsmanager, nur als Unternehmensberater in der Regel im Namen einer Unternehmensberatung für sehr viele verschiedene Unternehmen. Dieser Bereich zahlt auch für Einsteiger schon ziemlich gut und hier kann man Gehälter von 50.000 bis 70.000 Euro erwarten. Was ich an diesen Jobs super, super cool finde, weshalb ich mich auch entschieden habe, das Ganze auf den zweiten Platz zu setzen, ist, dass man in der Unternehmensberatung bzw. als Digital Transformation Manager wirklich Einblicke entweder in sehr viele Unternehmen oder selbst wenn man nur für ein Unternehmen arbeitet, in sehr viele Unternehmensbereiche bekommt, was vor allem für den Karrierestart sehr wertvoll sein kann. Und falls dich dieser Bereich besonders interessiert, habe ich hier auch mal mit einem Berufseinsteiger ein Podcast-Interview gemacht, der eben nach seinem Studium in eine IT- und Managementberatung eingestiegen ist. Das Ganze verlinke ich dir auch in der Infobox. Und jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Nummer 1, der Wirtschaftsinformatik-Jobs. Und bevor du dich fragst, was mich hier geritten hat, lass mich das Ganze kurz erklären. Und zwar handelt es sich bei diesem Job um den Software-Sales-Spezialisten bzw. den Key-Account-Manager. Ich weiß auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass wenn es um das Thema Sales und Verkauf geht, man wirklich super viele Vorurteile hat. I'm not fucking leaving! Aber man muss verstehen, Sales ist nicht gleich Sales. Und nachdem ich auch selbst als Startup-Gründer jetzt einiges an Erfahrung in diesem Bereich sammeln konnte, muss ich sagen, dieser Bereich hat wirklich viel zu bieten. Denn zu deinen Hauptaufgaben zählt hier wirklich einiges. Das Ganze fängt mit der Bedarfsermittlung beim Kunden an. Dann geht es darum, diese ganzen Software-Produkte uns auch beim Kunden vorzustellen und die davon zu überzeugen. Danach geht es in die Gehaltsverhandlungen und schlussendlich geht es auch um das Thema Aftercare, sodass der Kunde das Produkt nicht nur kauft, sondern es auch richtig verwendet und zufrieden damit ist. Was zusätzlich noch besonders an diesem Job ist, ist, dass du neben einer attraktiven Grundvergütung von 40.000 bis 60.000 Euro auch noch viele Provisionen verdienen kannst. Das heißt, wenn du wirklich gut darin bist, ist dieser Job auch was das Gehalt angeht, den anderen in gar keiner Hinsicht hinterher. Ganz im Gegenteil, du kannst hier sogar schon von Anfang an deutlich, deutlich mehr verdienen. Diesen Job kann ich persönlich theoretisch allen empfehlen, aber vor allem auch für die Leute, die vielleicht gerade noch etwas unentschlossen sind oder sich für Sales interessieren, ist das Ganze ideal. Denn egal, wo du nachher hin willst, du lernst hier auf jeden Fall etwas. Du lernst kommunizieren mit Menschen, du lernst auch einen sehr speziellen Blick auf technische Produkte zu haben, weil du einfach sehr viel mit Kunden zu tun hast und du lernst hier auch wirklich die Essenz des Unternehmertums und von Unternehmen kennen. Ja, ich verstehe, auch Softwareentwickler und alles Mögliche sind wichtig, aber irgendwer muss die ganze Party ja bezahlen und hier bist du wirklich am Trigger, wenn es darum geht, Geld ins Unternehmen zu bringen. Das waren meine Top 5 Jobs für Wirtschaftsinformatiker und falls du eher der technische Typ bist, dann könnte diese Top 5 Liste mit den Top 5 Jobs für Informatiker genau das Richtige für dich sein. Also, das ist vielleicht nicht nur aus, wenn ich ein paar kleine Unternehmertum sage,